Ja, ihr lieben Freunde, ihr wisst, worum es geht. Es geht um Geldverdienen bei mir. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich finde auch schön, dass ihr meine Videos so klickt, bevor das Licht ausgeht. Und das ist jetzt auch schon der springende Punkt. Wenn abends das Licht ausgeht, sind die Eltern, wo sind die Eltern? Sie sind am Ausgehen. Sie gehen nämlich in ein teures Restaurant oder gehen mal aus, weil sie nach 20 Jahren teilweise nicht von zu Hause weggekommen sind. Der Mann war arbeiten, die Frau war wahrscheinlich noch arbeiten. Ja, ihre Kinder sind aber klein. Sie haben kleine Kinder und sie haben keinen Aufpasser. Genau. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Thema Geldverdienen. Was könnte man denn jetzt machen? Ja, ihr sollt natürlich nicht ins Restaurant gehen, denn das könntet ihr euch wahrscheinlich nicht leisten, so wie das Pärchen, was Kinder hat, zu Hause hat, die beaufsichtigt werden müssen. Und da kommt ihr jetzt ins Spiel, nämlich in Form von, genau, Kindersitten, also Babysitting. Babysitting. Das ist kein Scherz. Damit kann man wirklich Geld verdienen, wenn ihr am Anfang seid, wenn ihr, ja wie gesagt, das gerne mögt oder machen könnt, wollt, später vielleicht mal Erzieherin werden oder Erzieher. Ja, das wäre eine Möglichkeit, doch Geld zu verdienen, an Geld zu kommen, weil ich denke mal, dass viele wollen, dass ihre Kinder gut behütet sind in der Zeit, wo sie dann im Restaurant sind oder wo sie ausgehen, wo sie mal tanzen gehen. Lange Jahre waren sie nicht. Sie haben ewig gearbeitet und haben sich endlich mal einen Abend für sich alleine verdient. Ja, genau. Und da kommt ihr ins Spiel und könnt dort dann, ja, Babysitting machen. Genau. Babysitting in Form von, ihr passt auf die Kinder auf, während die Eltern schick essen gehen können. Weil es ist nämlich so, ein zwei- oder dreijähriges Kind wird beim Essen nicht ruhig bleiben. Und damit die Eltern mal in Ruhe essen gehen können, seid ihr gefragt. Also die von euch gerne da Geld verdienen wollen mit Babysitting, könnt es machen. Ja, wenn ihr dazu Lust drauf habt, Babysitting zu machen, das muss man ja auch irgendwie auch, ja, können. Mit Kindern umgehen, ja, Kinder eine Gute-Nacht-Geschichte vorlesen, genau. Und auch auf Kinder aufpassen, das ist eine große Verantwortung, aber das kann man schon auch, wenn man, ja, wie gesagt, ja, man geht irgendwie, weiß ich nicht, zur Realschule, aufs Gymnasium und will sich ein paar Mark dazu verdienen, also ein paar Euros und will, also ist diese Aufgabe sich gewachsen. Also, ich denke, damit kann man schon ein bisschen Geld verdienen, während die Eltern dann nicht zu Hause sind und passt auf die Kinder auf. Das wäre eine Sache, womit man Kinder verdienen, äh, Kinder, womit man Geld verdienen kann und womit man dann praktisch auch, ja, sich was kaufen kann, sich was leisten kann, etc. Das wäre eine Möglichkeit, die Eltern können in Ruhe essen gehen, kommen wieder, geben euch zum Beispiel, ja, ein Salär dafür, ein Geld, dass ihr deren Kinder behütet habt in der Zeit, wo sie dann ausgegangen sind oder tanzen gewesen sind oder essen waren. Also, von daher, das wäre eine Möglichkeit, neben Hundesitting oder, sagen wir mal, Hundegassi gehen mit Hunden, Gassi gehen mit Hunden, das hatte ich ja auch als Geldverdien-Video, wäre Babysitting eine Möglichkeit.